Erinnern Sie sich noch, wie es war, unterwegs Landkarten zu benutzen? Es war umständlich, zeitaufwendig und trotz allem bockt man auch mal falsch ab. Wenn Sie unpassende Tools und Prozesse für Ihr Währungsmanagement nutzen, dürfte es Ihnen ganz ähnlich gehen. Durch unpassende Systeme riskieren Sie unzuverlässige Daten, mangelnde Übersicht über Ihr Währungsrisiko, vergeudete Zeit durch manuelle Prozesse und ein unzulängliches Risikomanagement. Aber auch dafür gibt es eine Lösung. Wie Navigationssysteme Autofahrern helfen, an Ihr Ziel zu gelangen, so hilft unsere Software, Finanzabteilungen, Finanzvorständen und CEOs, ihre Geschäftsziele zu erreichen durch automatisiertes Währungsmanagement. Und das funktioniert so. Automatisiertes Währungsmanagement führt alle Prozesse Ihres Devisen-Workflows in einer einzigen Softwarelösung zusammen. So haben Sie Ihr Währungsrisiko im Blick, können Ihr optimales Absicherungsprogramm zuverlässig umsetzen und sparen Zeit und Geld. Jetzt, da Sie Ihr Währungsmanagement fest im Griff haben, nutzen Sie doch einfach die Gelegenheit und erweitern Sie Ihr Währungsspektrum. So können Sie weiteres Wachstumspotenzial realisieren. Kantox ist der führende Anbieter von Software für das automatisierte Währungsmanagement. Unsere Lösung für Ihren kompletten Devisen-Workflow besteht aus drei Produkten. Dynamic Pricing, Kantox Dynamic Hedging und Payments and Collections. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website www.kantox.com und fordern Sie eine Demo an.